Willkommen zurück! Wir befinden uns in der Twilight Zone. Und hier... Ist alles... ...möglich? Hahaha! Weiter geht es! Re-Foot! Was vom Essen übrig bleibt? Pudding! Pulver! Mandarinen? Gorken? Hahahaha! Alles ist relativ! Emilio sitzt in kurzen Hosen und friert nicht! Gussi ist voll eingepackt und zittert! Hahahaha! Was ist nur los? Tief durchatmen muss ich! Straf dich! Straf dich Gussi! Versuch doch wenigstens ordentlich zu schreiben! Das Netz ist ausgefallen! Hier ist schon Aufbruchstimmung! Aufbruchstimmung! Auf Moritz wird gewartet! Dann gehen wir los! Hahahaha! Zu nice, Digga! Zu nice! Ja! Auf uns. Wir gehen!